Es gibt jetzt Eckball Sie kommen zurück zu FIFA 17 Der Ball erstmal raus, gut gemacht Wow Das ist jetzt echt Applaus dafür, wie gut das auch schon mal war Jetzt müssen Sie aufpassen Kuh Boah, das wäre egal, ich meine Das war ein bisschen egal Das war auch ganz viel gut von mir Nikolai Müller Ich hab's einfach riskiert Diekmeier Oh, Max, ey Auf Mein Name ist er Erstmal mich aufzuhalten Das geht gar nicht Da passt der Gegner auf Aber der Einwurf muss auch anders kommen Jetzt haben Sie den Ball verloren Ja Ja Gibt's jetzt die Gelegenheit Sauber vom Ball getrennt hier Hallo, der war doch nicht raus Vielleicht gekommen wird das eine Chance Und er schießt Da holt er den Ball zurück Doppelfall Freistoß für den HSV Nix Oh, man kann auch nix vergeben für so'n Doppelfall Ein unnötig gefeuert und andere hast den Ball Ja, gut Kostic Oh, der gewinnte Zweigam Katscher Das könnte die Chance werden Ist auch gleich von beiden Schenken Hast ja So, ich hätte schon wieder Ball gehabt Jedes Mal pfeift er ab, der Idiot, ey Idios, ey Ich spiel ja Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang Und weiter auch mit dem Sauwetter Ja, und gegen so'n Schleißklub Da gleich verliere ich Dann bringen wir halt nichts Hatte ich schon oft genug Daniel Lopale Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen Um hier zu einer Torschance zu kommen Weil das ist schon ein bisschen besser Und Dortmund habe ich auch nur 2-0 verloren, ne? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie Die Flanke fängt da ab Sehr gut gemacht Gut reagiert vom Torhüter Aber so verhindert er den Rückstand Das macht er gut Du Klaas Ohne Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an Für den FC Augsburg Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach Auf diese Partie freue ich mich ganz besonders Jetzt wird's gefährlich Hast du für sie immer? Hast du was zu tun? Und das hat der volle Einsatz mit Erfolg Er hat den Ball Das gibt Freistoß Aber zeigt er auch der Karte Ja Geht ganz klar Und da zeigt er den Geld Kann man durchaus geben Das war wohl was Aber nicht so ne Scheiße Da passt er auf Und hat den Ball Wird's jetzt gefährlich? Gefährliche Flanke Da holte sich die Flanke Das war wichtig Sonst wär's gefährlich geworden Fast auf den Ball Jetzt ein weiter Einwurf Dann wird's brenzlig Jetzt die Flanke Die leben ja auch gefährlich Lügde Jong Entschlossen geklärt Bobby Wood Ja, lauf doch und gleich nehmen wir an den Ball Oh, Memphis Depay Sehr gut aufgepasst Ey Das gibt Einwurf Ball ist draußen Ball bei Memphis Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Am Arsch jetzt Er kann ihn nicht Die Chance zur Führung Und das Tor ist frei Ich wär' da dran gewesen Jetzt haben sie sie führen hier Ich kann kotzen, ey Ich muss ihn wieder aufholen, ey Ist das schwul Und hier nochmal Die Wiederholung des Tores Da zeigt er den absoluten Willen Dir das Tor machen zu wollen Ganz starke Aktionen Und jetzt sehen wir hier endlich das erste Tor Jetzt könnte's gefährlich werden Tolle Parade Und so geht der Ball knapp über die Latte Es gibt Ecke Kostlitsch Er kommt hier mit dem Kopf dran Aber nicht präzise genug Der Ball vielleicht war das leer Ich zähl mir mein leeres vor Ich zähl mir mein leeres vor Was ist sie hier? Oh da gibt's jetzt den Einwurf Du hast nicht den Ball Nein Gut aufgepasst und abgefangen Wird das eine Torchance? Gutes Take-Me Du fahrst doch immer rein, ne? Oh, ich dachte die machen mehr in dieser Szene Aber jetzt haben sie den Ball verloren Schwall Du hast noch viel Blech gehabt in manchen Spielen, ja? Das sag ich ja nicht Aber Ne Das stimmt so nicht Für nichts kriegt man keinen Roten Magen Das stimmt so nicht Der will ich vielleicht manchmal ja Aber Es geht für sie gegen Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel Und da sind sie wohl eindeutig in der Favoritenrolle Schufe nicht Und jetzt die Chance Ne, kein 2 zu 0 Oh, der Exstoß Ne, ne, ne Das kannst du immer Das kannst du direkt mal vergessen Mal Gut gemacht vom Torhüter Sehr gut Boah, ich wechsle jetzt aus Ist ja schon 70 Toll Sie geht da vorne rein tun Keine Keine Na Nur Die geschnitten noch Na Ha Kiwi am Aho Ich kotze gleich ehrlich bei die Kopfschern 15 23 3 nicht ja toll ich hier was schon von bossen herzegowina kommt er ja mal jetzt fanschen zu 74 die cost rich du kommst auch aus gegen den hand kommt auch noch rein jetzt muss ich auch unter einsatz einfach zum gegner das war unkonzentriert 20 der stadt der gut und gibt freistoß richtig entschieden es gibt die gelbe karte und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die zweikämpfe gehen das könnte die chance werden den ball holt er sich im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut sehr aufmerksam die flanke gut abgefangen jonathan schmied das könnte der gelegenheit werden tolle flanke nein feinburger sonn da ist auch schussversuch wohnen ich habe nichts jetzt müssen sie aufpassen das ist ein faul und freistoß da grätsch der voll in den mann riskante aktion er kann der schiedsrichter gar nicht anders so eine grätsche musst du unterbinden war wenn wer von einem link auf dem ball besitzt und wir erkennen alles wirklich sehr ausgeglichen der angriff ist erst mal vorbei sie verlieren den ball ein wurf euch kommt es gleich ehrlich und die fans geben jetzt noch mal richtig gas es sind nur noch ein paar minuten zu spielen und nach wie davor steht hier kein sieger fest eine ganz enge kiste hier steht es also kurz vor schluss 1 zu 0 wir blicken schon mal kurz voraus was die nächste partie busche der nächste gegner des fc augsburg heißt man der blick zur uhr noch sieben minuten das könnte gefährlich werden gut abgeblockt so wird nix aus der flanke nikolai müller gibt ein wurf und der ball ist so unnötig wie ehrlich jetzt vielleicht das tor geht absolut in ordnung sie bauen damit ihre führung aus zweifellos verdient er macht sein zweites tor heute ganz starke leistung schaut doch gut aus es steht 2 zu 0 bisher spielen sie hier ohne große probleme jetzt wird gefährlich werden erst hält den ball fest das war wichtig das wird gefährlich es gibt freistoß hartes einsteigen hier gibt zurecht gelb gute entscheidung vom schiedsrichter da ist er aufmerksam und hat den ball klasse jetzt wird gefährlich weiß da da geht er runter und man muss das ärgerlich auch der geht nicht rein es klasse drauf heute und das ist der schluss genau hallo äh ist verschwaschen die 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 Ich bin auf der Hühner Angriff, ich bin auf der Hühner Ich bin zufrieden, hier fest zu lösen und nicht Deutschland zu lösen und wir müssen vor allem im nächsten Tag hier verlassen. Okay, mach das. Spiel halt nicht. Toll. 10. Ah, ne, die ja nicht mit Kotze-Konform. Räuchern. Warum? Ich bin aber auch meinst, ne? Ich bin schon sehr, ne? 2-1 verloren. Da spiele ich auch. Wie lange sind die Voranen, ne? Man, die sind ja. Kann sein, weiß ich nicht. 2Hz, 2Hz, 3Hz, 3Hz und 3Hz, 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 1Hz, 3Hz, 4Hz, 4Hz, 3Hz, 2Hz, 2Hz, 3Hz, 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 1Hz, 4Hz, 3Hz, 4Hz, 5Hz, 3Hz, 3Hz, 1h0, 1h0. Uuuuh, ich glaube so gut, ich habe Dage mit ihm, das noch zu machen. Ich sage mal genau, wenn noch zu, glaube ich jetzt nicht, was ich machen sollte. Ich mache einen tollen Ehrer, denn ich. Genau? Ja, ich bin schon. Ja, ich schaffe es mal zu. ich bin jetzt noch mal solchen Fresse schlagen bei dem Tod und soviel von den Spanien da kommt es nicht mehr sehen du kannst er werden Messier ein tun es ist nur noch mehr egal Lovic 1000 Euro